Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich dicker Italiener hier gleich auf der Bühne stehe. Für ihn ging es von Null auf Superstar. Ich bin ein Junge von der Straße. Ich vergesse nie, woher ich komme. Das war mein Kinderzimmer, Alter. Ein Traum ist in der Früh gegangen. Vom Superstar. Das ist immer die Halle, wo ich gedacht habe, wenn ich hier mal spiele, dann habe ich es geschafft. Zum Superfamilienmensch. Familie, Glaube, Liebe habe ich mir stechen lassen, weil das einfach die wichtigsten Dinge für mich sind. Wer schafft mit ihm die große Reise von Fan zu Fame? Es ist an der Zeit, euch was zurückzugeben. Kommt, singt vor und zeigt mir, was ihr könnt. Ich freue mich riesig. Einer von euch wird mein erstes Signing. Du bist weiterhin. Pietro Lombardi. Familie, Glaube, Liebe. Nur auf RTL Plus. Jetzt Serien, Filme und Musik streamen für 9,99 Euro.